Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch Elie, ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kurzes Intro, damit ihr das Video versteht. Willi, Roat und ich haben ein neues Horrorspiel gespielt. Der Chat meinte, dass es sehr, sehr schlimm sein soll. Wir haben es zu dritt als Team gespielt. Es ist so ähnlich wie Fasmo, aber ihr seht, es war viel, viel schlimmer. Ich hoffe, euch gefällt das. Horrorgames momentan super, super interessant bei mir. Ich habe auch gestern im Stream Outlast gespielt. Da kommt auch noch ein Video, das war auch sehr hart. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, euch gefällt die Abwechslung auf diesem Kanal. Es kommen immer mal neue Spiele, neue Formate, neue Videos. Feiere ich persönlich sehr. Vielen Dank für den Support. Letzte Woche die eine Million geknackt. Jetzt haben wir schon eine Million und 10.000 Follower. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der dazukommt. Können auch gerne Instagram abchecken. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Video. So, dann seien wir hin. Das sieht hier ganz abgespaced aus. Es ist das gleiche Prinzip wie Fasmo. Oh, guck dir mal diese Items ein. Was ist das? Ein Kreuz? Oh mein Gott, es gibt dieses Brett. Hier ist so eine Puppe. Boah, halt auf, Alter. Ey, geil. Jetzt geht's los. Oder ey, guck mal, was ich hier in der Hand hab. Was ist denn das? Okay, Jungs, lass uns starten. Was ist unsere Mission? Alle Türen aufmachen, 50. Das Foto des Gespendes machen, 100. Die Räucherstäbchen dreimal verwenden. Das Gespenst dreimal mit Feuersalz abwerfen. Ich hab links, ne? Kälte. Hast du Kälte? Mach mal, ey. Ich geh nicht vor. Ich geh vor. Wir müssen Lichter oder so anhaben. Lass mal nach oben, lass mal nach oben. Oh, oh, oh. Dicker, Dicker. Dicker. Ich wohne gerade weggeschliffen. Dicker. Ey, sorry. Ich geh raus, lass mal. Nein, nein. Willi, Willi, Willi. Warte mal, Jungs, 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 Jungs. Warte mal. Ich bin oben, hier oben ist ein Geist. Wartet mal ganz kurz. Das hat mich, Dicker, während das gerade, was mir gerade passiert ist, wäre das Willi passiert. Eli, ich habe gerade einfach auf der Stelle meine Maus bewegen. Ich spüre, dass meine besten Leute leben. Willi, geh mal vorher. Geh mal nach oben. Oh, das ist, das ist Edi. Warte mal, wir brauchen eine Mission. Warte mal, hier ist ein Buch, hier ist irgendwas. Kommt hoch, kommt hoch. Hier dreht sich was. Hier passiert was. Das ist nichts Gutes, wenn sich hier was passiert. Die haben Drachenbäume. Ich habe Kältemester. Jungs. Ich habe hier so ein Usha-Brett. Warte mal. Nein. Wie benutze ich das? Nein, 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 das holst du nicht raus. Allem Respekt. Wie benutzt man das? Bitte, ich höre... Ja. Ja. Nein, 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 du lebst schon. Ich will raus, ich will raus, ich will raus, ich bin irgendwo im Garten. Ich will raus, ich will raus. Nein. Digga, ich schwöre es euch, das kann ich nicht. Ich schwöre es euch, bei einem Respekt, ich schwöre... Digga, warte mal. Warte mal, chat my guys. Ich wurde einfach gerade... Ihr lebt noch, ihr lebt noch. Ich bin hier oben. Ich bin unten im Essens-Zir. Willi, komm wieder rein. Das Ding hat dich weggezerrt, ne? Das hat sie auch bei mir gemacht. Hat sie auch bei mir gemacht. Warte mal, ich rede mit der. Hallo, hallo, hallo. Bist du hier? Warte mal. Oh mein Gott. Hat ihr die Tür aufgemacht? Nein, nein, nein. Warte, chat man. Wir sind Männer, wir sind erwachsene Jungs, man. Wie geht das an? Nein, nein, nein. Es redet, es redet. Es redet. Es redet. Warte mal. Riss, Riss. Bitte, ich kann... Riss, 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 Riss. Digga. Oh mein Gott. Wie tot. Eli, bitte lass raus, bitte. Ich schwöre, ich kann nicht über Eli, bitte. Ich habe noch nicht so einen Jumpscare bekommen. Eli, bitte, er red die ganze Zeit, bitte bleib bei mir. Warte, wir müssen mit dem reden. Wir müssen mit dem reden. Tim, was haben wir für... Was haben wir? Wir wissen, das ist aggressiv vielleicht. Ist schon aggressiv. Eli, das ist viel zu krass. Es ist... Ich sage, beim Jumpscare, Willi kann sein, dass du drauf gehst. Will... Warte mal. Oh, ist okay. Oh, ist okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warte, warte. Er kommt, er kommt. Willi, will... Willi, will... Eli ist wieder da, ich gehe raus, sorry, bro, sorry, bro, sorry, bro, sorry, bro. Ich bin gleich gebrust und es ist alles langsam. Eli, bitte, helf mir. Willi, weg. Du musst da rein. Siehst du mich? Nein, wo bist du? Ich bin hinter dir sozusagen. Aber du siehst mich nicht. Ich bin, ich bin dein Gast. Du musst da rein. Bist du tot? Ja, bist du dumm? Der hat mich gekillt. Stell dich da auf. Du musst... Du musst das Thermometer... Thermometer... Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Willi. Bruder, wir können, ich bin alleine zu schwach. Bitte lass uns zu dir fahren. Willi, du musst da... Eli, ich weiß nicht, was ich mache. Ich würde das überall reden. Ich habe Schlimmes im Ohr. Eli, ich bin tot. Oh mein Gott, ich bin in der Ecke eingefangen. Oh. Digga. Oh mein Gott, das war einer mit einer Maske. Willi, wo bist du überhaupt? Ich bin tot. Ich habe mich eingeversteckt im Kleiderschrank. Bist du tot oder nicht? Ja. Ja, und jetzt? Was war... Sie sind gestorben. 0 XP, 0 Münzen. Digga, chill mal. Also, es ist sehr viel aggressiver, das Spiel. Wir müssen als Team da jetzt an... Wir müssen da als Team jetzt Sache machen, okay? Ich nehme so ein Scheißding hier. So ein Thermometer. Dann nehme ich so eine Taschenlampe. Dann nehme ich dieses Signal. Okay, Jungs. Das steht hier wie eine Eins. Warte, warte, nimm mit, nimm mit. Lass woanders. Okay, Chimma. Mach das mal woanders hin, Didi. Nimm das mal wieder mit. Oh, Minusgrad, Minusgrad. Minusgrad, Minus 5. Es ist... Bis jetzt ist es entweder ein Poltergeist, die Dunkelheit oder Jiangji. Oh, 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 oh. Okay, warte mal. Lass das Licht, bitte. Ich kann nicht Licht und Thermometer gleichzeitig. Da musst du vorgehen, damit ich Thermometer... Ich gehe vor, ich gehe vor, ich habe Licht. 20 Grad. Ich laufe mit dem Tank drauf rum. 20 Grad. Was? Was ist das? Was ist das? Ein Spiegel. Ein dunkler Spiegel. Digga, ich sage, es ist die Dunkelheit. We talk. Warte mal, man kann es nehmen. Wie die Dunkelheit? Ne, warte mal. Warte mal, ich sehe es im Spiegel. Ich sehe es im Spiegel. Nein, nein, nein. Warte mal. Ehe, die ist weg. Nein, ich lebe noch. Es ist rot. Lebt rot. Was ist das? Was? Ja, ich wurde auch dort weggezogen. Warte mal, ich sehe im Spiegel irgendwas. Ich sehe da irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Minus 7 Grad übrigens. Oh, ich bin hier. Oh Gott, Digga. Sagt doch mal. Sorry, Digga. Ach, das ist die Sicht vom Geist. Ich wusste nicht, wo ich bin. Ey, Jungs, er hat auch meine Taschenlampe genommen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das hat er auch mit mir gemacht. Wo seid ihr? Seid ihr oben? Ich bin, glaube ich, oben. Aber es quietscht zu viel. Ich bin da, ich bin da. Oh mein Gott. Okay, mach das Jutscherbrett. Wo ist das Jutscherbrett? Ich habe es nicht mehr. Das müsste ich hier irgendwo... Ja, wir brauchen dann Fußspuren oder so. Willi, du... Ich schaue nach Fußspuren, ja, ja. Du musst jetzt gucken. Sonst bekommen wir nicht raus, wer es ist. Jungs, hier, Bücher. Bücher fliegen. Bitte, vor. Nein, nein, nein. Doch, wir müssen dann... Du machst da jetzt dieses scheiß Bretten. Was ist das? Was ist das? Warte mal, da steht eine 2. Was soll diese 2 hier heißen? Elektromagnetischer Feldensensor 1 bis 2. Es ist ein Pointergeist oder die Dunkelheit. Trust in Edi Geller. Okay, der ist hier im Keller, weil die Tür ist offen. Keiner war von uns im Keller. Okay, dann lauf vor mit Licht. Ja. Edi, geh vor, bitte. Nee, will ich nicht. Geh du mal. Dann nimm dieses Gerät, ich geh vor. Ja, ich geh. Oh mein Gott. Nein. Was? Oh mein Gott. Mach mit, lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, ich bin der Keller, bitte hilf mir. Bitte hilf mir, ich bin hier in der Ecke. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir müssen mit ihm reden. Hallo, hallo, bist du hier? Bist du hier? Warte mal, ich höre. Ich rede nicht mehr mit dem, ich rede nicht mehr mit dem, ich rede nicht mehr mit dem. Ich rede nicht mehr mit dem. Habt ihr das gehört? Hallo, okay, gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ich bin in der Ecke, wenn was ist. Gib mir ein Zeichen. Ich bin in der Ecke. Vielleicht redet er Englisch. Hello, are you here? Are you here? Okay. Okay, 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 okay. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Okay, das ist ein fetter Lula. Das ist riesen groß. Warte mal, ich hab ein Spiegel in der Hand. Ich hab ein Spiegel in der Hand. Ich geh in die Ecke. Ich seh, wohin. Er kommt, er kommt. Er kommt nach unten. Ich geh in die Ecke. Ich hab den Spiegel. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Ich beweg' mich keinen Meter mehr. Er kommt wieder, er kommt wieder. Oh mein Gott! Es ist ein Poltergeist oder die Dunkelheit, ich sag's euch. Ich schwör jetzt auf alles, ich spiel dieses Drecks-Game. Digga, man erschreckt sich so sehr. Was ist denn jetzt los? Wir sind Fernseher angegangen. Es ist Dunkelheit oder Poltergeist, kreuz an. Und dann geht's zum Bus. Digga! Das könnt ihr nicht ernst meinen. Wir sind gestorben. Wo sehe ich jetzt, was das war für ein Geist? Du musst ihn fangen, der Typ herausfinden reicht nicht. Wie soll ich den Schwanz denn fangen? Wollen wir eine andere Map? Ja. Erstmal hier so ein super Licht, das passt. Dann brauche ich so ein Thermometer. Ich will den Breer auf Kamera haben. Und brauchen dieses verf***te Brett. Ja, wo habe ich eine Blendgranate? James Brownstone High School. Idealer mein Lieber. Ah! Geh rein. Genau sowas. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Kann ich hier Licht anmachen? Oh mein Gott, Digga. Das ist so eine Scheiße. Ich schwöre, so ein Dreckspiel. Mein Chat schreibt, das ist die schlimmste Map. Mein Gott, was ist das? Ne, 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 ne. Stopp, stopp, stopp. Ich geh die Ecke. Ach Digga, hier ist eine Sporthalle. Ich hatte EMF 2. Es ist hier irgendwo in der Ecke. Mein Gott, wie riesig. Ich mache das jetzt hier unten hin. Bist du hier? Bist du hier? Ayo, hier? Wo bist du? Guck mal hier, das EMF schlägt da, ist da hochgeschlagen. Oh, 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 oh! Heute, heute, heute! Okay. Was war das hier? Er ist hier, er ist hier. Digga, da ist eine Stinkbombe. Ich hab eine Blendgranate geworfen. Erster, EMF 5. Eli, setz dich bitte und werf das Brett schnell, bitte. EMF, wo ist elektronischer Feldsensor? 5, dann ist es die Betrunkene oder Ying-Chi. Bist du hier? Bist du, bist du ein scheiß Geist? Ja, warum läuft die? In Englisch. Are you here? How old are you? Bitte älst mich. Wo, wo, wo? Will die oben oder unten? Oben, oben, oben. Ich will in irgendeine Ecke. Wo, links oder rechts? Wollte dich hingezogen. Hier ist irgendwas. Was ist denn das? Hier ist so ein scheiß Spielzeug. Der Geist ist ein Kind. Da war ein Kinderspielzeug. Die Enttrunken. Es ist ein ertrunkenes, junges, gequältes Kind, glaube ich. Drehwasser. Ich weiß, ich weiß, wie ich es fange. Ich weiß, wie ich es fange. Die Betrunkene, alter Junge, gequält. Wasserhähne aufdrehen. Wir müssen Wasserhähne aufdrehen. Hier. Hier ist ein Wasserhahn. Warte mal, ich glaube, ich bin tot. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dreh das auf. Warte, ich bin bei mir. Bleib ruhig. Warte. Schau mal. Oh krass. Wie geht dieser Wasserhahn auf? Main Office. Hier schweben Bücher. Hier schweben Bücher. Okay. Ich bin in der Ecke. Okay, warte mal. Wir müssen Wasserhähne finden. Warte mal. Jungs, er ist bei mir. Er ist bei mir, er ist bei mir. Das ist eine betrunkene Schleppe. Eine betrunkene Schleppe. Oh mein Gott. Wie die einen immer wegmachen. Dieses Game ist viel zu hart. Wir müssen ja checken, was man hier machen muss. Ist nicht wie fast, Mo. Dass man die Geister fangen muss, macht die Game noch zehnmal schlimmer eigentlich. Ja, weil man sie jagen muss. Ja. Okay, Jungs. Ich gehe. Ich hoffe, gute Nacht. Schaut mal schau. Schaut mal schau. Schaut mal schau. Schaut mal schau. Bis zum nächsten Mal.